Alle Foodies da draußen aufgepasst. Glaubst du, weißes Essen schmeckt besser oder trifft Essen in dunklen Türen eher deinen Geschmack? Lass uns darum spielen, oder? Ist das ein Erdbeben? Oh, so kann ich keinen Kampf gewinnen. Wir gehen unter! Bereit für Runde 1? Was ist das für ein Getränk? Was hat das mit diesem fancy Strohhalm auf sich? Vielleicht solltest du deins erstmal öffnen. Okay. Also, ich bin immer noch verwirrt. Ich will das mal kosten. Ich weiß nicht, wo er anfängt oder endet. Schauen wir mal. Ich jetzt, Ali. Wenigstens habe ich es versucht. Ich helfe dir bei diesem Chaos. Das sieht viel besser aus. Siehst du das hier? Steck es in ein Getränk. Und beobachte, wie der Strohhalm seine Arbeit macht. Und wir haben Kontakt. Ich glaube, ich habe es jetzt. Es kommt. Ich kann es sehen. Lecker. Was ist gerade passiert? Was ist das? Ali! Diese Drinks sind uns wirklich zu Kopf gestiegen. Aus verrückten Strohhalmen geschlürft, was? Das wird euch wieder auf Vordermann bringen. Nur ein oder zwei Spritzer werden reichen. Wow. Danke, Doc. Glaubst du, dieses Zeug wird helfen? Es gibt nur einen Weg, das herauszufinden. Wow. Das war schräg. Ich bin wieder ich. Du bist dran. Fühlt sich an wie mein Gesicht. Das Zeug ist der Hammer. Los geht's. Riechst du was? Was auch immer es ist. Ich denke, es fault. Fang du an, Kumpel. Ja, das ist ein Teller voll Zwiebeln. Ja, lass mal deins sehen. Okay. Das ist alter Knoblauch. Wie alt ist der überhaupt? Das ist eklig. Ach ja, ich hab ja die Zwiebeln. Ekelhaft. Kein Weg zurück mehr. Oh Mann, das ist schlimm, als ich dachte. Meine Augen drehen schon nur vom Zuschauen. Es brennt. Plötzlich bin ich sehr nervös. Das wird mich doch nicht umbringen, oder? Jetzt geht's los. Das ist eigentlich lecker. Das ist ein wirklich cooler Geschmack. Was ist das? Keine Ahnung. Die Energie hier drin ist seltsam. Wer bist du? Ich bin hier, um eure Seelen zu stehlen. Oh oh. Sind das Knoblauch und Zwiebel? Nein. Ist der weg? Puh, das war ziemlich knapp. Dieses stinkige Essen hat uns den Arsch gerettet. Lass uns reinhauen. Bist du bereit? Ich kann nicht ganz erkennen, was es ist. Deine Vermutung ist so gut wie meine. Wagen wir es? Das sind Chips. Meine sehen cool aus. Klingt nach einer vollen Ladung. Oh yeah. Meine sind schön hell. Schau dir diese Schönheit an. Das wird eine Geschmacksexplosion. Das wird mein neuer Lieblingsgeschmack. Ich hoffe, meine sind genauso lecker. Mal sehen. Ich hab noch nie schwarze Chips gesehen. Glaubst du, sie schmecken so gut, wie sie aussehen? Lass es mich herausfinden. Oh. Sie haben einen rauchigen Geschmack. Ach, komm schon. Die sind super. Hä? Meine dumme Hand ist zu groß für diese Dose. Warte. Ich werde dir einen Trick zeigen. Siehst du dieses Papier? Falt es in der Mitte. Und jetzt gib mir die Dose. Schieb das Papier rein. Und zieh die Chips raus. Du bist eine Chips-Zauberin, Ellie. Oh, wie hab ich dich vermisst. Funktioniert doch super, oder? Ich könnte die Dinger ewig essen. Jetzt geht's los. Das soll wohl ein Witz sein. Dieser Burger sieht perfekt aus. Aber der hier ist nicht von dieser Welt. Hey, willst du einen kleinen Switcheroo machen? Ich weiß. Du bekommst auch zwei Burger. Oh ja? Lass mich das mal durchdenken. Schneller ankommen. Wie viele Brötchen bräuchte es? Ja, klingt nach einem fairen Deal. Ich werde dieses Ding in Stücke reißen. Das ist der schönste Burger, den ich je gesehen habe. Saftig, hm? Jetzt bin ich echt gespannt auf meinen. Der große Biss kommt. Ja, der ist fantastisch. Matt! Was? Du siehst aus wie ich. Äh. Ah! Schnell, tausche zurück. Kao schneller, los. Oh Gott, sei Dank hat das geklappt. Mann, ich mochte diese Tattoos nicht. Bereit? Du fängst an, Ellie. Hallo, Zuckerstangen. Die sehen wirklich interessant aus. Glaubst du, sie schmecken süß? Sie sehen eher aus wie Würmer. Sieh dir das Ding an. Sieh dir das Ding an. Du und dein schwacher Magen. Sie könnten etwas süßer sein. Okay, sehr viel süßer. Warum öffnest du? Warum öffnest du deins nicht? Meine sehen genauso aus, aber in weiß. Die sehen eigentlich ziemlich gut aus. Die sehen eigentlich ziemlich gut aus. Die sind wie Würmer. Ich hab die beste Idee. Ja? Nicht loslassen, Ellie. Mal sehen, wie weit sich das Ding dient. Okay. Ähm, nur auf der Durchreise. Cooles Bild. Sorry. Bin gleich weg. Ich glaub, es geht noch ein bisschen weiter. Komm schon. Wow. Das gibt blaue Flecken. Du bist hier auf meiner Seite. Viel besser. Was kommt als nächstes? Kann ich dieses Mal anfangen? Oh. Sojasauce kenne ich definitiv schon. Aber ich hab nix zum Reintunken. Ich weiß. Warte auf mich. Dann mach ich meins schon mal auf. Eine Riesenflasche Milch? Scheint frisch zu sein. Jep. Definitiv zwei Prozent. Warte. Ich weiß, was zu tun ist. Nur Tiere trinken aus der Flasche. Ich frag mich, wie viel Calcium hier drin steckt. Okay. Ich bin bereit für meine Sojasauce. Könnte dieser Snack noch besser sein? Sushi und Sojasauce gehören einfach zusammen. Lass uns eintauchen, okay? Kommt ihr kleinen Dinger. Schön eintauchen. Das ist eine perfekte, salzige Köstlichkeit. Das ist übel. Ist dieser Arzt noch da? Würdest du gerne an der Weißes oder Schwarzes Essen Challenge teilnehmen? Was würdest du unter keinen Umständen essen? Der schwarze Knoblauch sah ziemlich intensiv aus. Denk dran, dieses Video mit deinen Freunden zu teilen. Hast du die schon gesehen? Abonnier unseren YouTube-Kanal, damit du kein Video verpasst. Euer Christian. Untertitelung des ZDF, 2020